Die Landischweiz AG ist ein Detailhandelsunternehmen der Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbände der Schweiz. Unter diesem Dach haben wir es jetzt geschafft, einen Detailhandelskanal aufzubauen, der seinesgleichen sucht. Der sechstgrösste Detailhandelskanal in der Schweiz hat sich 1994 zusammengeschlossen von der Haus- und Garten AG zur Landischweiz AG. Die Besonderheit liegt darin, dass wir eine Nähe haben im Detailhandel zur landwirtschaftlichen Bevölkerung und zur Landwirtschaft generell. Wir schaffen es mit einem beschränkten Sortiment von maximum 8000 Artikeln den Kunden zu erreichen. Wir kennen keine Aktionen, keinen Discount, keinen Rabatt. Wir arbeiten mit dem Dauertiefpreis. 65% unseres Umsatzes machen wir mit Eigenmarken. Dadurch sind wir untaustauschbar und verlässlich. Wie kein zweiter. Mit unserer dynamischen Logistik, unserer Denkweise in der Logistik, haben wir es geschafft, die Umsatzsteigerung der vergangenen Jahre abzubilden. Wir können die Läden jederzeit zeitgerecht mit Waren bedienen. Wir verwenden die Blum-Applikationstechnologie vor allem in der Logistik. Wir kennzeichnen für den ganzen logistischen Prozess unsere Paletten. Angefangen bei dem Wareneingang, durch die ganze Lagerhaltung hinweg bis zur Distribution, Auslieferung an die Landiläden, arbeiten wir mit Blum-Applikationstechnik. Dies primär aus Gründen der Verlässlichkeit und aus dem Grund der langjährigen Zusammenarbeit. Bei uns werden Paletten seitlich und stirnseitig mit Bargott-Label etikettiert. Das Blum-System erhält einen Druckauftrag von unserem Lagerverwaltungssystem. Darauf wird die Etikette gedruckt, an die Palette angebracht und die Palette fährt weiter. Eine besondere Herausforderung war die Integration in die komplexe Systemwelt, die wir hier betreiben. Hier am Standort Dotzigen werden täglich ca. 2000 Paletten etikettiert und an die Landiläden ausgeliefert. Die Paletten werden mit Adressdaten gekennzeichnet und mit einem Barcode, der zur Identifikation dient. Aktuell besteht die grösste Herausforderung darin, den Umbau im Rahmen der Retrofit-Projekte im laufenden Betrieb zu ermöglichen. Das heisst, den Austausch der alten gegen neue Systeme ohne den Betrieb dabei zu stören. Die Anlage wird von einem Team von Anlagebedienern im Zweischichtbetrieb betreut. Sie greifen im Störungsfall ein und stellen einen reibungslosen Warenfluss sicher. Für uns ist ein verlässlicher Partner wichtig. In all den Jahren der Zusammenarbeit mit Blum haben sich immer wieder Herausforderungen ergeben, die wir gemeinsam lösen konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017